Es geht endlich voran bei ETH, denn wir sehen nun den nächsten Schritt, der gemacht worden ist, um das Shanghai Upgrade zu implementieren. Worum es hierbei genau geht, wie der Entwicklungsstand ist und vor allem, wann Shanghai endlich live ist. Über all diese Themen sprechen wir jetzt in Ruhe, bleib also unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Wie du bereits in den letzten Wochen mitbekommen hast, soll in wenigen Wochen das sogenannte Shanghai Upgrade implementiert werden und das natürlich im Mainnet. Und dafür wird gerade im ETH-Umfeld alles getan. Die Devs sind richtig aktiv und wir haben in dieser Hinsicht nun sehr, sehr positive Neuigkeiten bekommen, denn es gab tatsächlich die erste positive Simulation des Upgrades, das nun ansteht. Und das wurde von einem der Devs kommuniziert von Terence.eth und er hat nämlich kommuniziert, dass das Sepolia Testnet nun erfolgreich und final umgestellt worden ist und geupgradet worden ist auf Chapella. Und Chapella ist in dem Fall quasi eine Zusammensetzung aus dem Namen Shanghai und Capella. Und dabei steht natürlich Shanghai hier für den Hard Fork auf dem Execution Layer Client und Capella ist der Name des Upgrades auf dem Konsensus Layer Client. Und so haben die Entwickler sich also hier eine schöne Symbiose dieser beiden Namen ausgedacht. Und nun ist der nächste Schritt quasi der Go-Live vom Shanghai Upgrade. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir ja davon aus, dass das bereits im März stattfinden soll. Sollte nicht irgendetwas Unvorhergesehenes eben passieren. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht alles extrem positiv aus. Wir haben nun eben das Testnet, das zweite Testnet, das bereits in dem Fall erfolgreich umgestellt worden ist und damit quasi eine Simulation von dem eigentlichen Shanghai Upgrade auf dem Mainnet eben darstellt. Und damit eben auch nun endlich ja quasi die Verifizierung, dass die Ideen und das auch alles Technologische eben genauso funktioniert, wie man das eigentlich geplant hat. Also extrem positiv, wie ich finde. Und ja, gerade deswegen sollten wir uns natürlich nochmal einige Metriken angucken, die besonders spannend sind in diesem Atemzug. Zum einen wissen wir, dass mittlerweile knapp 541.000 Validatoren dabei sind im ETH-Umfeld und es werden kontinuierlich mehr. Um genau zu sein, sind 530.000 aktiv. Wir haben knapp 10.000 Pending und 1.100 sind bereits wieder quasi zurückgetreten als Validatoren und sind hier nicht mehr aktiv. Und diese Zahl, die verändert sich kontinuierlich, steigt aber tendenziell eher an. Passend hierzu können wir uns einmal die Metrik angucken der ETH-fremden Adressen, die 32 ETH halten und in der Theorie dazu in der Lage wären, also als Validatoren hier eben aktiv zu werden. In blau eingezeichnet sehen wir also einen kontinuierlichen Anstieg der Adressen, die es also grundsätzlich hinbekommen würden, als Validatoren hier aktiv zu werden. Wir sprechen also mittlerweile von weit über 120.000. Sehr, sehr positiv die Entwicklung, vor allem weil wir gerade ja in den letzten Monaten hier nochmal einen schönen Aufstieg gesehen haben. Mehr Adressen, die sich also grundsätzlich dazu eben anbieten würden, in dieser Hinsicht aktiv zu werden. Und damit zeigt sich natürlich auch das hohe Interesse an ETH selber. Außerdem können wir zum Beispiel auch über die nächste Metrik sprechen und zwar ist das die Teilnahmerate und die misst nämlich die Reaktionsfähigkeit der Validierer, indem sie den Anteil der verpassten Blöcke und der gesamten Slots verfolgt. Und aktuell liegen wir hier in blau eingezeichnet bei einem Wert von über 99,46%. Was also bedeutet, dass wir hier die höchste Beteiligung am Staking seit dem Beginn des neuen Jahres erreicht haben. Alles sehr, sehr positiv und genau so muss es nun eben auch weitergehen. Denn wir haben in dem Fall den nächsten Schritt nun vor uns. Wir können dann endlich, wenn Shanghai live geht und die ganzen Metriken zeigen eben auch das große Interesse der ETH-Community, unsere Bestände wieder aus dem Staking abziehen. Und das ist etwas, worauf alle gewartet haben. Die Flexibilität ist dann wieder verfügbar oder allgemein verfügbar, ähnlich wie es eben bei anderen POS-Coins ebenfalls der Fall ist. Und in dem Atemzug macht es auch total viel Sinn, über die Meinung von Vitalik Buterin zu sprechen. Der hat nämlich auf seinem eigenen Blog nochmal über die ganzen Transaktionen gesprochen, auf Transaktionsverzögerungen und auch auf Probleme in Bezug auf Wallets. Das hat jetzt nicht unbedingt direkt mit dem Thema Sepolia zu tun oder mit Shanghai, zeigt aber eben auch, in welche Richtung ETH sich zukünftig entwickeln möchte. Und zwar geht es hierbei vor allem darum, dass er auf Transaktionsverzögerungen hingewiesen hat und hat nochmal einen Status-Update gegeben, wie er die Einführung von EEP 1559 wahrgenommen hat. Hierbei gab es natürlich eine Verbesserung der Blog-Stabilisierungszeiten. Und er sagte folgendes, von einer durchschnittlichen Transaktion, die vor EEP 1559 Minuten brauchte, um aufgenommen zu werden, zu einer durchschnittlichen Transaktionszeit, die nach EEP 1559 und dem Merge nur Sekunden brauchte, um aufgenommen zu werden. Das ist wie Tag und Nacht. Es ist angenehm, ETH zu benutzen, aber es muss noch viel getan werden. Man merkt regelrecht, dass Vitalik Buterin noch nicht ganz zufrieden ist und das kann ich gut nachvollziehen. Denn auf der einen Seite sind zwar die Transaktionsgeschwindigkeiten besser geworden, aber wir haben natürlich immer noch das große Problem, dass ETH für den normalen Gebraucher eigentlich viel zu teuer ist. Die Gebühren sind einfach zu hoch, aber auch das wird sich langfristig natürlich verbessern, weil wir anschließend zum Beispiel auch Themen wie Sharding und so weiter eben mitbekommen werden. Layer 2 Lösungen, die dann implementiert werden, um quasi die Last aus dem Mainnet zu nehmen, um nochmal die Transaktionsgeschwindigkeiten zum einen skalierbarer zu machen, schneller zu machen, effizienter zu machen und damit eben auch automatisch die Transaktionsgebühren zu reduzieren. Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt und freue mich darüber, dass Vitalik Buterin so positiv ETH gegenüber natürlich steht. Das ist ganz klar. Er hat letztendlich ETH natürlich mitentwickelt. Auf der anderen Seite ist er aber eben mit dem aktuellen Status noch nicht ganz zufrieden und möchte, dass ETH also den Drive weiter behält, sich kontinuierlich weiter zu verbessern. Und genau das brauchen wir natürlich, damit eine Blockchain, vor allem die zweitgrößte Blockchain, die wir aktuell haben, gemessen an der Marktkapitalisierung, auch sich kontinuierlich weiter verbessern kann. In dem Atemzug können wir natürlich auch mal über die Sichtweise der institutionellen Investoren sprechen. Es gibt ja den sogenannten CoinShares Digital Asset Funds Flow Weekly Report und hierbei geht es um eine Metrik, die aufzeigt, wie aktiv bei verschiedenen Anbietern gerade institutionelle Investoren agieren oder beziehungsweise Großinvestoren. Und man sieht hier aktuell ja eher einen Outflow, also Kapital, das letztendlich aus dem Markt gezogen wird. In der Regel ist das so, dass also so ein Großinvestor dann zu einem der Unternehmen geht, wie zum Beispiel zu Grayscale oder CoinShares oder 21Shares und sagt, ich möchte jetzt unbedingt Bitcoin kaufen, aber ich möchte euch einfach nur das Geld geben und ich möchte mich darum nicht kümmern, also macht das mal bitte. Hier sind 1,5 Millionen oder 10 Millionen, ihr macht den Rest einfach, ihr verwahrt meine Bestände und ich möchte, wenn es dann soweit ist, die einfach wieder abverkaufen oder vielleicht auch meine Position aufstocken. So läuft es grob gesagt ab und wir sehen hier gerade die neuesten Daten aus der letzten Woche. Hier sieht man nämlich, dass wir einen Outflow, also Abverkäufe in Höhe von 11,7 Millionen bei Bitcoin hatten. 0,2 Millionen sind in der letzten Woche im ETH-Umfeld abverkauft worden und es gab auch noch einige Short-Spekulationen im Bitcoin-Umfeld. Hier wurden knapp 9,9 Millionen Dollar bereitgestellt. Und wir sehen bei ETH im Monatsvergleich, dass wir hier 1,6 Millionen Dollar gesehen haben, die also aus dem Markt gezogen worden sind. Im Jahresverhältnis sprechen wir von 8 Millionen, die overall dazugekommen sind und damit ergeben sich insgesamt 7 Milliarden Dollar, die aktuell in ETH liegen. Und ehrlicherweise nehme ich diese Veränderung jetzt gar nicht so negativ wahr, gerade in Bezug auf die letzte Woche bzw. in Bezug auf den Monat. Denn scheinbar sind die Investoren aktuell eher so ein bisschen verhalten. Sie scheinen den Markt zu beobachten im ETH-Umfeld und zu gucken, ob sich da vielleicht nochmal eine Möglichkeit ergibt. Das ist so meine Interpretation. Es gibt also weder diese ganzen massiven Abverkäufe noch auf der anderen Seite ein massives Aufbauen, sondern eher so ein Stillhalten und mal gucken, was so passiert. Und ich denke, dass gerade mit dem Startdatum von Shanghai, wenn das endlich öffentlich ist und wir genau wissen, wann es dann eigentlich losgehen soll, auch nochmal die Stimmung sich so ein bisschen verändern wird. Ich werde dich diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden halten, weil das einfach super spannende Metriken sind, die man einfach auch im Blick behalten sollte. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, gegebenenfalls in ETH zu investieren, dann mach das doch einfach mit einem wunderbaren Bonus. Und zwar kannst du dich über den ersten Link in der Videobeschreibung auf der regulierten Plattform Bitwavo anmelden und verifizieren. Und damit bekommst du ohne irgendwelche Bedingungen 10 Euro direkt freigeschaltet. Und diese 10 Euro kannst du dann zum Beispiel dafür verwenden, um ETH-Bestände zu kaufen. Alternativ funktioniert es natürlich auch beim Bitcoin oder bei über 175 verschiedenen Kryptowährungen, die bereitstehen. Wir haben unter anderem extrem niedrige Gebühren und auch Staking ist verfügbar auf der Plattform, um passives Einkommen aufzubauen. Von daher melde dich gerne über den ersten Link an und sichere dir deine 10 Euro. An der Stelle hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Denn auch im ETH-Umfeld passiert einiges und bis zum Shanghai-Update werde ich dich natürlich auch mit auf dem Laufenden halten. Von daher solltest du an der Stelle noch schnell einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und dann geht es natürlich in alter Frisch auch morgen weiter mit dem nächsten spannenden Krypto-Video. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und bis morgen.